Jo Freunde, ich wünsche euch jetzt viel, 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 viel Spaß mit diesem Horrorvideo, was ich und Eren gespielt hatten. Daraus haben wir einen Zusammengeschnitt gemacht, beziehungsweise ich, diese ganzen Jumpscares mäßig. Ihr könnt euch auf jeden Fall zusammen kaputt lachen. Auf jeden Fall gibt es da was zum kaputt lachen. Aber seid auch vorsichtig, nicht, dass ihr euch auch erschreckt. Das ist auch ein bisschen gruselig. Aber am meisten lacht ihr euch auf jeden Fall kaputt, wie wir uns erschrocken haben. Auf jeden Fall viel Spaß. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt viele Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Okay, ich vermute schon, dass die läuft irgendwo rum, alter. Na, dann nimm mal die gute Puppe lieber erstmal. Oh! Oh! Scheiße, das ist die Tamir. Oh! 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 5-9! Drehe dich um, drehe dich um, drehe dich um! Die hat dein Baby geklaut. Ja. Soll ich die dann? Oh! Da kommt die! Das heißt... Nein, nicht runter! Nein! Schnell! Mach schnell! Geht er lang! Links! 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 Uh! Die ist ekelhaft! Oh! 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 Scheiß drauf, scheiß drauf, die kommt doch gleich! Geh! Da! Soll ich jetzt hoch? Huh! Waaah! Waaah! Jetzt kannst du hoch. Warte, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um! Was? Schnell, nimm diese Puppe! Welche Puppe? Die! Die Gutschert! Die! Die! Da raus! Schnell! Schnell! Hoch! Nein! Nein! Hoch! Hoch! Schnell! Oh! Die sind da nicht, glaube ich! Guck mal hinter die, bitte! Nein! Gut, geh die Treppe runter! Du musst die Treppe runter! Schnell! Okay, let's go! Oh! Nein! Hör mal! Hör mal! Oh! Oh! Dreckiges Biest, Alter! Ah! Ja, jetzt geh schnell die Treppe runter! Hier? Ja! Nein, rechts! 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 Junge! Das ist links, Bro! Jetzt? Da rein! Hier rein? Nein! In den Keller! Hey, der ist in den Keller, hab ich doch gesagt! Junge, du hättest in diesen Kellerraum reingehen müssen! Und, willkommen zurück zu dem zweiten Teil des Videos! Und, äh, ich würde sagen, wir scheißen uns direkt ein, weil dieser Geist weiter rumfliegt! Ihr seid alle auf jeden Fall sehr gespannt! Und, wie ein anderer Geist weiterge시면 eigentlich ist! Und, er ist in den Kellerraum. Und, ich werde sagen der completamente Angst. Und, wie ist das nochmal... Und, er ist in den Kellerraum reingeh rodiert. Und, er ist in den Kellerraum drin! Das ist in den Kellerraum! Und, er hat sie direkt ein Problem. Und, er macht diesen Geist! Oh, wasser? Oh, wasser? Oh, wasser?